Hallo, ich bin Hanna von den Sonic Cheerleadern. Unser Verein besteht aus fünf Teams in verschiedenen Altersklassen. Unsere jüngste ist drei und unsere älteste ist 28. Wir werden uns heute mit der Bitte an euch und zwar unserer Anschaffung unseres neuen Bodens unterstützen. Cheerleading besteht aus gefährlichen Stunt- und Torenelementen. Da wir diese Sachen momentan auf normalem Hallenboden ausführen müssen, sind wir natürlich bei jedem Training einem hohen Verletzungsrisiko ausgesetzt. Der Springfloor würde zum einen das Verletzungsrisiko senken, zum anderen würde der Springfloor aber auch eine optimale Vorbereitung für unsere Teams auf die Meisterschaften bieten, da auf Meisterschaften ein identischer Boden genutzt wird. Jede kleine Spende würde uns helfen, unserem Ziel ein kleines Stückchen näher zu kommen. adrenaline blöpig sch Nine Bieln sch chatter emergence